Moyema Minka Ohne Drogen fühle ich mich total beschissen. Wobei das von Droge zu Droge variiert. Auch wenn es total bescheuert klingen mag, aber wenn du auf Heroin bist, hast du ähnliche Symptome wie auf Crystal Entzug. Und auf Crystal ähneln die Auswirkungen einem Heroin Entzug. Bei Crystal werde ich wunderbar lethargisch, allerdings zittern meine Hände spürbar. Mein Körper gehört nicht mehr mir und macht, was er will. Das ist gut zum sich ficken lassen. Scheiße. Sich ficken lassen. Denn das Ficken ist eigentlich das Beste, was mir in so einer Situation passieren kann. Dabei ist die Hundestellung gar nicht so schlecht. Gott sei Dank. Ficken lassen. Das ist gut zum sich ficken lassen. Ficken lassen. Gott sei Dank. Zum sich ficken lassen. Scheiße. Sich ficken lassen. Sich ficken lassen. Ich ficken lassen. Ich bin tief. Ich bin tief. Ich bin tief. Ich bin tief. Es bleibt nur dieses irre Gefühl, als würde es dem ganzen Körper umsonst Zuckerwatte geben und als würde die Zuckerwatte mich von innen kitzeln. Dann gibt es nur die Drogen um mich und die Drogen nehmen mich an der Hand und führen mich fort vom Schmerz und weiterfinden, 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 weiterfinden. Das Ficken ist eigentlich das Beste, was mir in so einer Situation passieren kann. Das Ficken ist eigentlich das Beste, was mir in so einer Situation passieren kann. Gott sei Dank.